Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Pink Panther und wir spielen eine Runde Kistenkrieg gegen den Steve Pitty. Ja, schön guten Abend, was für ein Ding, äh, schön guten Tag, meine Damen und Herren, wollte ich sagen, weil sie ein bisschen warm, deswegen müssen wir das verzeihen. Äh, erst einmal Kistenkrieg, ein mit drei, wir beide. Genau. Was los? So, lauft los, holt mir meine Kisten. Was? Und wir dürfen auch Messer werfen, aber wir müssen mit dem Rücken hier hinten stehen und erst dann dürfen wir Messer werfen, so ungefähr, guckste. Und wenn das Messer dann trifft, bist du cool. Boah, hätte das jetzt getroffen. Nicht cool gewesen. Wärst du schon beschädigt, hä? Ich muss erstmal wieder hier Hühnchen platt machen. Was? Weil die mir auf den Sack gehen. Ja, die machen immer so bock, 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 bock und so. Bisschen Tiermördern, alter. Bock, hat er noch gemacht. Bock. So, ich hab aber, wie, erste Kiste? Ist das ein Ernst? Ach so, ne, Taktikeinstieg. Mann, ihr Mist. Das kann ich jetzt schon so losgehen. Ey, 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 ey. Erste Kiste. Na, danke, Bubu. Bist du in meinem Team, Bubu? Nee, Bubu, komm zu mir, ja, komm, 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 komm. Das fängt jetzt schon wieder an, willst du? Das läuft doch, alter. Das ist übrigens die Map, wo ich das zweite Mal Pink Panther Sack gemacht habe. Oh, man kann sie Seed-Honen nennen. Alter, noch eine Kiste. Das geht ab. Das ist unfair. Hier, wir sind ja nie bei Kistenkrieg, Leute, ja? Wir sind ja nie bei Kistenkrieg. Sief, 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 sief. Krieg ich auch eine? Was? Ja, klar. Boah, was ist los? Jetzt geht es ja aber richtig scharf. Aber sowas von. Ha, 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 ha. Jetzt musst du versagen. Oh, fuck. Oh, nein, eine Aufklärungsdrohne. Bitte nicht. Was? Die ist gefährlich. Meine Aufklärungsdrohnen sind äußerst gefährlich. Weißen, ne? Oh, wenn nicht, das stimmt wieder. Nein, Panda, Panda, Panda. Du, Apo. Ich hab auch den EMS hingestellt. Hast du's gesehen? Genau wo du standest, hab ich den EMS hingestellt. Äh? 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 So, ich hab auch was zu verkünden. Und zwar am... Äh, am... Äh, äh, 11. Am 11. diesen Monat. Alter, es geht ab hier, es sind lauter Kisten. Kommst du nicht zum Reden, was ist los hier? Am 11. diesen Monat, erzähl weiter. Richtig, da ist nämlich bei Microsoft ein Event. Da wird sozusagen, ähm... Ja, die Weltmeisterschaftsspiele werden da ausgespielt. Also die Ergebnisse. Da kommt aber nochmal ein extra Video. Da freue ich mich schon drauf. Das hat der Sven, nämlich der Sven Oswald. Hat, äh, mir das ermöglicht. Und das Schöne dabei ist, das wird in Berlin dann stattfinden, abends um 18 Uhr. Und da kann man eine Xbox One gewinnen. Ey, was geht denn da? Ist da ein Geschütz oder was? Äh, äh. Ne, ne, dort ist kein Geschütz. Echt jetzt? Boah. Die Bärte arbeitet für mich, mein Fräulein. Das geht gut los. Die vorbesten, du. Ich hab da was für dich. Ja. Das ist quadratisch. Oh, komm schon nicht blocken, Steve. Ne, ich musste ja mein EMS übelst hier... Kamikaze-mäßig setzen. Alter, hat der gerade ein Messer nach mir geschmissen. Oh, komm schon. Ey, hast du auch ne Bärter? Das war mein... Ey, jeder von uns hat bis jetzt ne EMS und ne Bärter. Das läuft. Das läuft. Hier, deine Vorräte kannst du setzen, ich komme. Also, ich erscheine, ihr ist gleich, oder? Ehrlich, ich bin auch gleich da? Hey, wo ist denn das? Ah, da. Und so seid ihr nicht vorunvorteilhaft. Was los? Oh, 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 da ist es. Huh, huh, heiß, heiß. Was? So, Pantale, guck mal da oben. Nein, 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 nein schön genommen wird das ding an der hand ist geschenkt was haben die geburtstag dann nämlich die kiste wieder zurück was nein die kiste kisten die kiste hier hallo ja ich habe eine sehr schön oder was kommt was alles fit im schritt kommt nischt hier nein das sollte es probierst du mich in die luft so leute ab geht's hier kisten 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 hier ich will nur kisten sehen da kommt aber irgendwie nicht ja machen wir eier hier jawohl ich habe meine eigenen kisten gerade erschossen sehr schön ich habe meine eigene kiste erschossen wie geil ist das denn jawohl jawohl alter jawohl warte kurz warte noch nicht ich weiß nicht muss erst mal kurz machen ja ich weiß ich muss erst mal kurz machen nein scheiße ich bin ein trottel hier mit den kisten mein ist so muss es sein wartet mal kurz nicht mehr vorrätig weiß nicht Ich komme nicht mehr hinterher. Ja, ist schmarte. Ey, Leute, lass dich in dieser, äh, hängen. Wir tun was für krass. Ich fick keine Gegner. Nein, ich muss jetzt erstmal das rausschmeißen hier. Oh, dein Ernst? Oh Gott, dein Ernst. Oh ne Deckung. Ich fand nicht sehr nett. Ne, ne, nicht in die Häuser gehen hier, ne? Klar, alle in die Häuser. Das ist kein Haus, das ist ein Unterschlupf. Autsch. Das ist nix mit Campenriegel. Echt mal, das ist kein VO2. Jetzt hör doch mal auf da rum zu, Iron. Eiermaler. Friss das. Du. Warte. Jetzt gibt es dazu ein Dutting Einstieg. Uuuu d đầu on aspirene� Anm Sheetzling. Hau uns drin. So, Panter, und? Was geht? Was machst du du da? Der liegt da jetzt schon wieder. Was war denn das jetzt? NOOOOOI! Hilfe! Gut gemacht Steve! Herr Pyr, was sagen Sie dazu? Was soll ich dazu sagen? Hmhm. Boah komm, hör doch auf! Das ist voller Rauch Geh weg! Du brauchst dich sparen, du stirbst eh gleich wieder! Nein! Nein! Jawoll ja, würde ich mal behaupten. Ja gut, kommt die nächste A13, okay. Die braucht ich eh nicht. Boah, eh bloß, eh bloß weg, das weggenommen. Der Rieber! Nein, 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 hättest du gehört. Wo du denn alle hier rum? Ja, oh fuck! Ich halte es aus! Nein! Komm! Oh man! Und wieder den Riechel erwischt. Ich hab viele Vorräte. Steve, ich hab Vorräte. Warte, ich muss einfach runter heulen. Das klang falsch, aber warte. Steve, ich hab Vorräte. Ihr versteckt euch alle in den Häuser, ihr Muschis. Wir doch nicht. Ich hab Vorräte für dich, Tino. Ja, mach mal. So, jetzt kommt noch ein heißes Eis. Vorräte, los, komm! Mach Eier! Danke. Nein! Warum stirbst du denn nicht, ey? Uh, wo bist du? Ich will dich mal treffen. Ich hab's nicht zu teuer. Gott, ich komm gar nicht mehr dazu zu reden, Mann. Das ist so heiß, das Ding hier. Das ist so heiß, sag ich dir. Heiße Sache, heiße Sache. Aber auf jeden Fall, das wird ne lustige Geschichte. Ich hab Vorräte. Ich hab Vorräte. Ich hab Vorräte. Ich hab Vorräte. Oh, hab ich. So, Tino, du kannst aber nach oben gucken, ne? Ja, ich kann ihn nicht mehr. Ja, auch nicht. Nein! Und noch eines. Ey, erst Whiff, mach mal. Dann ist da ein bisschen zu weit, ne? Erst Whiff. Ey, mein Payflow hält das aus. Kannst du ruhig drauffeuern uns, okay? Sicher? Ja, ja, mach mal. Hallo. Ne? Na, geht doch. Payflow zerstört. Ja, wisse. Muss euch eine Chance geben, deswegen. Ruf mal das doch so an. Das einem Essie bestellt. Wisch. Oben, ich hab das gehofft. Bubu. Ha! Eder, wisch. Ja, so ist das Leben, würd ich mal sagen. Ja. Ey, Bubu, wir sehen uns gleich noch. Nice. Ich hab wieder Vorräte zu tun. Ja, schön. Oh, feitlichen Tiefliger. Tino. Und da ist der Blecher, ist wieder da. Masse kaputt. Masse kaputt. Duft auch mal wieder nicht frei. Was? Bubu Vorräte? Äh, ne, hier. Scheiße. Steak. Ja, ja. Das gibt's nicht, ey. Gips ruhig rübers, okay. Nein! Bitte denkst du Sau! Ha! Gut gemacht. Alter, vor Vorräte, du! Hier, warte mit der Vorräte. Lass, nächste Runde. Räscher, ich bin ein Räscher. Du bist so da. Ja, ich hab den Räscher, ja. Ich hab noch drei Vorräte des Tiefliger. Ja, das ist so. Ja, wartet doch, wartet doch, wir haben noch ne Runde, Schatzi. Aber es ist tief sein, kannst ruhig schmeißen. Ja, ja, ist klar. Ey, weiter! Was ist mit meinen, mit meinen Dingern hier? Warum machen die keine Kills? Ja, deine Dinger machen keine Kills? Weil ich's so runtergeholter, wie Sau. Ich kenn mich auch mit runterholen. Tino, hast du wieder Vorräte? Puh, 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 du schießt doch reinigen die ganze Zeit in die Tür, oder? Ja, na klar. Wenn ihr da alles braucht, dann wird er nicht ein Ding. Also ich muss sagen, ein MV3 ist ein heißes Eisen. Ein heißes Eisen, ja. Ein heißes Eisen, ja. Ein heißes Eisen. Ein heißes Eisen, Eisen, Eisen heiß. Ja, also, äh, unter den Linden 17 ist es, glaube ich. Aber ich werd noch mal, um ein extra spezielles Video zu machen. Ich hoffe, ihr kommt da alle vorbei. Da werden wir dann Xbox, äh, One spielen und, äh, Fifa halt so, ne? Und, jo, da freu ich mich schon drauf. Oh, drei Stück auf einmal. Duftraum nicht freist. Jo, jo, aber bitte in den Brunn reinschmeißen, das ist höchst effektiv, okay? Jo, jo, fein. Hä? Da kam grad ein Messer, wo kam dat her? Das war meins. Ey, wann sind die ganzen Ärzte? Da hat meine Füße wieder so viel Uncool. So, kommt erst mal AH6. Wie vorher geht nämlich erst mal gar nicht, ja? Ach, booh, dein Ernst, ich hab grad schönes Geschütz zermetzelt. Ja, deswegen ja. Ich muss ja das Geschütz auch noch zeigen. Ey, du Affe, du Affe, stirb! Stirb! Jawohl! Du hast den Kick gekriegt, ne? Du hast den Kick gekriegt. Du hast den Kick gekriegt. Ich hab dich gekriegt. Du Sau, du Ernst. Hier, das gibt's als Rache. Als Anbruch quasi. BAMS! Schickitim, 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 uuuuuh. Vorrede, Tilo! Ja, nimm mal langsam. Ich komm ja gar nicht mehr her, ey. So, wollen wir das jetzt noch machen, das Ding? Ach, Mann. Geht doch. Wo ist das Scheißding von dir? Ich hab ihn nur angefragt, ey. Tee, wo bist du denn? Hier, im Markt. Mitten im Markt. Ja, dann komm mal wieder zu unserem Start. Tee, Vorräte! Warte, ich muss mal vor, Vorräte. Hallo, Fromm ist nicht frei. Ja, bei mir auch nicht. Nein, mein IMS. Was war so stabil? Was war so stabil? Nächster, Tee, für IMS, gibt's ja nicht. Jetzt hast du da Wine gesprayt. So ein bisschen was rumzieht. Oh, was haben wir da? Oh, oh, oh! Meins, 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 meins. Krass, Alter, wie viele Vorräte. Komm mal. Schießt ihr euch irgendwie gegenseitig? Hä, was? Rolf, Rolf! Äh, Rolfing! Geh weg, Tino, geh weg! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg! So, Tino, jetzt kannst du nämlich mal sowas von einpacken, du kannst zwei packen und du kannst drei packen. Geh doch mal weg da! Oh, dann blockt der mich hier! Wie? Wollt ihr mich rollen mit eurem Vorräten? Hier kriegst du noch was. Ah, so ein bisschen. Mal schauen, was innen ist. Oh, nicht, oh, nicht, das klingt nicht gut. Nein! Wow, Chris, Alter! Was ist das? Die Vorräte war ziemlich knapp an den Kopf vorbeige... Oh, scheiße. Oh, okay. Leute, Leute, macht das Geschirz kaputt! Safe-look kaputt! Ah! Geh weg mit dem komischen Ding da! Die Sau! Wow, Alter, wir waren das jetzt! Lass die Vorräte! Attacke! Nein! Ja, ha, 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 hab ich dich noch erwischt! Jawohl! Schieß doch mal alle auf diesen scheiß Payflow rauf! Gott! Was? Ich komm immer zum Wegmachen hier! Was? Nur Hitmarke? Oh, 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 Steve! Oh, jetzt ist er weg! Nein, 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 nein! Oh, Paul! Ein Abschluss! Ey, Steve, das bringt dir weiter nichts nach! Oh, wie kommt das jetzt?! Ja, das bringt mir nirgendwo was! Ich komm immer zum Wegmachen von meinen Vorräten! Steve! Steve! Was los?! Dieses EMS bringt doch gar nichts! Oh, ne, das ist noch einer! Oh, das ist für Tino! Äh, Marken irgendwo hat... Achso, der... Ach, ja, wir hatten jetzt nicht viel dabei! Ja, an der Toten! Tino! Ah, er schätzt Zellen als Abschluss! Ja, ich bin da gespawnt, weil mein Taktikeinstieg von letzter Runde da noch lag! Nein, stopp! Oh, die Schein! Kannst du dir ein Video angucken? Mach ich auch! Nein! So! Kann man hier den Hund muten? Hund! Hund! Mach den Hund aus! Hund! Oh mein Gott! Äh... Das ist ein Schiff! Hey, Moment, da waren zwei, oder? Ja, da waren zwei! Oh, da waren drei! Ich seh's nicht, ich seh's nicht! Man sollte sich wundern, die Kleinbänder laut sind! Steve, hier gibt's doch was! Oh! Ich brauch mal irgendwie... Oh, nice! Was ist denn los hier? Was ist denn los mit eurer... Das ist schon okay so, Tino! Das ist schon okay so! Was ist denn los mit eurer... Mit den Dinges hier? Mit den Tiefen! Nee, jetzt haben wir die gute Seite! Hm... Schien mal bei Steve Pitney! Was ist hier los? Oh, Vorräte ist mal was ganz Neues, hm? Oh! Tino kriegst du nichts? Hm? Oh, Mann! Äh, so! Ja, das ist einer über die Hälfte, nur mal so am Branden! Okay! Jetzt bin ich stabil ausgerüstet! Dann geht's meine Gamer-Freunde! Lalalalalalalalalalalalalalala! Jawohl! Oh, Panzer! Das war jetzt nicht so... Also Steve! Panzer? Ich dachte immer noch, dass es nicht Panther heißt! Der Herr Pink-Panzer geht auf! Hallo! Ich hätte doch eben Dinges eingesammelt! Oh, wo hat's heute mit Neonesheim jetzt? Da gewöhnt man sich dran! Ey, ich bin nur am hin- und herwuseln hier! Was geht? Leute! Das gibt man virtuelles Hai- Hai Hai- Acht oder Hai-Neun! Gehn Hai-Anhai! Heute wird'si nochmal verlieren! Aber sowas von hochgratig! Och, Mann, Black Ice! Los, Bertha 2! Gib ihn! Der war doch jetzt oben dahint! Mensch, der ist ja der Wahnsinn! Ich sag mal, magst du da hinten mal grepieren? Nein, nein. Stehst du auf das Haus? Ich weiß, wo du bist, ich weiß, wo du bist. Nein, ich will nicht umfallen. Grepieren ist gleich mal. BAMS! Chikitim, 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 Chikitim. Was ist jetzt mit Mike? Am losen. Warte mal, das ist deine. Du bist geschützt. Jawohl. Oh Mann. WOLTA, was geht denn ab hier? Ich habe nur noch vier Nachlade. Okay, scheiße. Hallo. Na wo? Ja bitte? Was? Rollen Deluxe oder was? Habt ihr irgendwie eine Weile? Hier, das sind aber schöne Paar. Spontan, würd ich doch mal so behaupten wollen. Sag mal, hat er eine Munition? Schade. Hier in dem kleinen Haus liegen Unmengen an er zuerst rum. Weiß ich, guck da die ganze Zeit hin und dann ist da keiner. Und wenn ich dann weg gucke, dann ist da jemand. Wir hatten da bitte Granaten? Ich weiß nicht. Und warum explodiert das Ding nicht? Vorräte, Tino. Oh, kommen wir sofort. Tino bringt Vorräte? Was ist denn da los? Ah, jetzt kommen Vorräte, Vorräte! Jawohl! Das nennt man Kistenkrieg. Was ist los? Vorräte ist jetzt unterwegs. Ei, ei, ei. Ei, 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 sauter. Ich glaub's nicht ohne Scheiße. Hey, ich hab doch gerade das aufgenommen. Was? So wilde Kacke. Was für eine Dinge? Alter, die kennen aber richtig hart. Da liegt was Schönes. Da hat die letzte Runde auch gemacht. Sag mal, warum denn nicht? Nein! Oh no no! Vorräte! Leute, äh, das ist Tricky. Ist die? Ja, aber schmeißen wir bitte keine Vorräte mehr. Keine Vorräte mehr. Tino, gibt's noch ne dritte Runde? Ja. Okay, dann machen wir keine Vorräte mehr. Ja, der Bündetatiefflieger nähert sich. Okay. Dadam, 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 dadam. Nein, schau mal, jetzt geht's aber los jetzt. Jetzt mit meinem MAMG mit Magazinerweiterung. Geht's aber mal sowas für'n Schauf? Tino, ich hab Vorräte. Ja, komm mit Leid! Was? Wird nie wieder aus dem Eck hier rauskommen. Was du mit dem Payflow bist? Unterwischt, wenn er. Böser Bubu. Kann man noch Vorräte schmeißen jetzt? Nein, geht nicht mehr. Ja, das ist nur noch Zeit. Böser Steve! Was? Was? Jawohl! Nein! Der Payflow, der ist böse. Hä? Was war denn das jetzt? Wie in Gottes Namen? Hab denn das jetzt abgeschossen? Du hast dein eigener Payflow rumgeschossen? Nein. Steve, du hast noch ne Champion, oder? Ja, du hast mit deinem Predator deinen eigenen Payflow geklaut. Alter, wie geil ist das denn bitte? Ey, ohne WTZ. Wenigensens ein Spiel, wo es noch ging. Und dem kann ich auch noch nicht mal... Ich kann noch nicht mal hier Vorratskisten aufnehmen, dass ich nachladen kann. Hallo, die Hand ist zu unher. Könnt ihr mal bitte anlaufen? Ich hab ihn auch ganz schön ange... Oh mein Gott, mit der Pistel auf, French! 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 So, jetzt kann ich noch Vorräter haben! Danke! Ich kann das Ding nicht nachladen! Wie doof ist das denn bitte? Hey, wie jetzt Luftraum... Luftraum nicht frei, willst du mich streuen? Hier, was ist mit der Palette dort, oder? Nein! Endlich mal, ey! Äh... Wir haben sich streuen, dass er mich mal gekehlt hat! Ja! Hey, Tino, geh weg! Ah! Nein, geh! Tino's unfair! Nee, stimmt doch nicht, wie kommt es denn da rauf! Tino's unfair! Nein stimmt! Nix, stimmt nicht, stimmt, nicht, stimmt, nicht, stimmt, nicht, 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 nix, nein, nein, geh weg, geh weg, geh weg! Was ist so drüber zu laufen, man? Geh damit steckt... Ein Tarpf! Äh... Reaktion gerade eben, ich wurde von Pandan geertet... Ist vor allem nicht nett... Oh... Jetzt sind wir los da oben! Hey, was machen die hier Vorräte? Hey, das sind meine! Oh! Ich hab sie mal gesehen, ey! Ich hab sie mal gesehen! Toll, Tino das Luftmesser? So, wir haben noch mal die letzten Kisten einsammeln für die... Aha, ach man. Machen wir jetzt jetzt mal runter, oder? Vorrede. Oh, oh, oh. Holsteves nicht die Kisten noch? Ja, auf! Also die Seite ist ja mal wirklich was für ein Hintern, ne? Was für ein Hintern? Ja, das täuscht. Hör doch mal auf die Messer hier eins zu schmeißen, das ist doch nicht lustig! Da kannst du wieder haben, das Ding! Au! So, acht Sekunden noch, dann kommt meine dritte Runde! Nein! Ah, verdammt! Noch mal kurz vor Verräter. Und der Putsch! Wurfmesser weg, in die Kampaten geschlagen, und... Schade. So, mein liebes Panderlein! Oh, der Pupier war wieder, Mensch! Hat der mich? Nein, hat er nicht. Der Pupier ist echt giftig. Komm, die hundert Kisten machen wir. Oh! Leute, tröstet mal ein bisschen den Panther, hä? Formel 1! Der Panther willst du in der Kiste vom Gegner-Team? Ja! Wurfmesser! Dann kriegst du nicht! Luftraum ist nicht einfach so der Scheiß! Endlich haben wir wieder die wichtige Seite hier! Komm, erstmal... Oh, Manu! Die Vorräteeskalation! Ich krieg meine Vorräte nicht los! Nee, ich auch nicht! Oh! Steve! Oh, Aldo, ist das nicht los hier! Äh, Steve! Geschenke! Ziemlich coole Geschenke! Kannst du mal bitte da weg gehen? Fröhliche Weihnachten! Weihnachten wurde vorgezogen! Woah! Ich will jetzt noch sehen, was bei mir innen ist! Bei mir war ne Reaper! Hallo Tino! Und Headshot! Ich bin dauernd im 4-drücken! Wollt ihr mich rollen? Ok, geschützt! 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 Uh, geschützt! Nicht auf den Vorsprung gehen! Na, Tino? Alter, was warst du da unten, ey? Oh, oh, kein, ähm, bei dir ist es gerade, Tino. Naja, du willst es sehen. Was? Nein, was? Selbsttötung? Ah, fast Tino gekriegt. Au. Warum schießt mein Geschütz nicht auf dich? Weil er es wenig sieht, kann es mal sehen. Ich will das Ding nicht stören. Geh weg, kannst du knicken, Busco, Alter. Oh, lol. Alter, da stehen zwei Geschütze auf der linken Seite. Alter, wohnen. Geht immer schön durch die Mitte. Das kommt gut. Du sag mal, Stich, wir sind doch so paar Kisten da. Ich komme nicht dazu. Und da haben wir Kisten für mich auch nicht, wo Gamer. Ich bin nur am Einnehmen, Leute. Tino, vorhin, Tino, 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 Tino. Tino, 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 Tino. Boah, Leute, reicht nicht mal zusammen, ich brauche so viele Kisten. Da kriegst du aber noch eine. Bam, chikidim, 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 chikidim. Oh, AC, AC, Böses. Äh, stirb. Böses Ding. Alter, was machst du da? Oh, oh. Chris, Chris, komm hoch, schnell. Ja, wie denn, wenn du blockierst? Brogamer, geh hoch. Brogamer und du wollen gleichzeitig verhalten. Komm, so, Tino, mach sie jetzt alle. Mach's nicht. Schnell, in der Wunsch. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Die kriegst mich nicht tot. Weg ist es. Chris, gut. Hier bin ich, Tino. Tino, 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 Tino. Nein, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich mache es noch. Zehn Meter zu viel, ist super. Verstecken. Schreibt euch mal nicht ein. Ne. Scheiße, ich treffe nicht. Leute, Reaper. Alter, zwei Reapers liegen da noch. Alter, zwei Reapers. Was geht ab? Die dritte Runde ist einfach zu kurz. Fast so wie... Wie sieht's denn aus? 40 zu 83. Ah, ist ja knapp gewonnen. Dominiert, würde ich sagen, oder? so ja ich hoffe ihr guckt denn bei dem video am freitag beziehungsweise am wochenende was dann rauskommt vorbei denn ja wer cool wenn irgendwie reichlich leute dann in berlin aufschlagen bei microsoft und ihr könnt ja immerhin ne xbox und und fifa 14 gewinnen von daher verabschieden wir uns mit dem dass der steve gewonnen hat kannst du gerne mal revanchieren wenn du möchtest wenn du ein niederlag verkraftet hast ne und ja aber dann wieder wieder in black ops 2 von daher haupt